Hallo Leute, iOS 16 gibt es jetzt schon seit 7 Monaten, zählt man die Beta-Phase dazu sogar schon seit rund 11 Monaten. Damals zum Release von iOS 16 habe ich auch ein Video über die Top 100 Highlights gemacht, also die 100 wichtigsten Neuerungen, die es hier zu finden gibt. Doch in diesem Video möchte ich euch nach all diesen Monaten iOS 16 Nutzung im Alltag meine 10 Favoriten zeigen. Also die 10 Funktionen, die für mich persönlich im Alltag bisher am nützlichsten waren. Auf jeden Fall befinden sich jetzt hier mal unter meinen Top 10 die Neuerungen bezüglich Sperrbildschirm und Hintergrundbild. Also die Möglichkeit hier verschiedene Sperrbildschirme zu erstellen, sie individuell anzupassen und jederzeit zwischen ihnen zu wechseln. Dazu kommt ja dann noch die neue Hintergrundbildgalerie, bei der ja leider auch einige Hintergrundbilder weggefallen sind, was ich sehr schade finde, aber wiederum andererseits auch neue interessante Hintergründe dazugekommen sind. Wie zum Beispiel die Kategorie Wetter und Astronomie, mit Erde, Mond oder sogar das Wetter für meinen Standort als Hintergrund. Soweit mal zum Thema Hintergrund, aber der Sperrbildschirm selber besitzt ja auch noch einige Anpassungsmöglichkeiten. Zum Beispiel diesen Tiefeneffekt, den ich dann auch in Verbindung mit Fotos benutzen kann, auf denen Objekte, Menschen oder Tiere erkannt werden. Dazu kommt dann auch die Möglichkeit, die Uhrzeit in ihre Erscheinung anzupassen, also Schriftart und Farbe. Die Möglichkeit festzulegen, was einem hier ganz oben angezeigt werden soll. Und vor allem die Möglichkeit, dann hier auch solche Widgets hinzuzufügen. Also gewisse kleine Informationen direkt auf dem Sperrbildschirm zu bekommen. Auch ganz praktisch, die Möglichkeit, die von mir erstellten Sperrbildschirme mit einem bestimmten Fokus zu verknüpfen. Also dass dieser Sperrbildschirm automatisch eingestellt wird, wenn ich einen bestimmten Fokus aktiviere. Sofern Apps das ausnutzen, gibt es ja im unteren Bereich auch diese neuen Live-Aktivitäten. Besonders praktisch finde ich das mit dem Timer des iPhones. Ich sehe ihn also hier durchgehend auf dem Sperrbildschirm und kann ihn hier vor allem auch steuern. Zum Thema Sperrbildschirm unter iOS 16 habe ich aber auch ein eigenes ausführliches Video gemacht. Link dazu findet ihr in den Kommentaren ganz oben angepinnt. Eine kleine, aber wichtige Veränderung, etwas, was mir heutzutage auch gefehlt hatte, die Möglichkeit hier in den Einstellungen unter Batterie, die Batterieladung in Prozent auf Face ID iPhones anzeigen zu lassen. Schön, dass Apple das letztendlich auch so umgesetzt hat, dass man den Akkustand sowohl grafisch als auch mit der Prozentzahl sieht. Mit iOS 16 sowie auch den anderen neuen Updates ist auf iPhone, iPad und Mac die App Freeform hinzugekommen. Ein gefühlt unendlich großes Board, auf dem ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann, vor allem aber auch mit anderen Personen live an diesem Board zusammenarbeiten kann. Bei einigen Nutzern erfreut sich diese App inzwischen schon großer Beliebtheit. Und auch in diesem Fall gibt es ein eigenes Video von mir, wo ich euch alles zeige, was ihr über Freeform wissen müsst. Link findet ihr wie gesagt in den Kommentaren ganz oben angepinnt. Eine meiner Lieblingsfunktionen unter iOS 16 ist die Möglichkeit, auf Fotos erkannte Objekte, Tiere oder Menschen sozusagen herauszulösen. Bleibe ich also mit dem Finger auf so einem Objekt drauf, wird es meistens erkannt und dann so eingerahmt. Anschließend habe ich die Möglichkeit, es dann zu teilen. Der Ausschnitt ist qualitativ meistens eigentlich auch sehr gut. Und das funktioniert, wie wir sehen können, nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Gebäuden, Menschen oder irgendwelchen anderen Objekten. Hier habe ich aber noch einen Tipp für euch. Es ist nicht nur möglich, das Objekt dann einfach direkt zu versenden, sondern auch direkt in eure Fotomediathek zu speichern. Und das funktioniert so. Wurde ein Objekt erkannt, tippt ihr hier auf Teilen, müsst es dann aber eben nicht versenden, sondern könnt hier weiter unten auf Bild sichern tippen. Anschließend wird genau dieser Ausschnitt des Objektes in eurer Fotomediathek abgelegt. Und wie wir sehen können, auch wirklich im komplett herausgelösten Zustand, ohne Hintergrund. Wie wichtig einem die Neuerungen der Nachrichten-Apps sind, hängt sich auch ganz davon ab, wie sehr man iMessage benutzt. Bei mir ist das in der Familie und im Freundeskreis schon mit einigen der Fall. Aus diesem Grund freue ich mich hier auch über die wirklich praktischen Neuerungen in iMessage. Die Rede ist hier vor allem mal von der Möglichkeit, bis zu 15 Minuten nach dem Versenden eine Nachricht noch zu bearbeiten. Nachdem das geschehen ist, können beide Seiten über diesen Button hier aber auch noch einen Bearbeitungsverlauf sehen. Und ansonsten ist es auch möglich, bis zu 2 Minuten nach dem Versenden eine Nachricht noch zurückzunehmen, also nachträglich zu löschen. Auch nicht zu vergessen, was ja für mich ehrlich gesagt schon längst überfällig war, die Möglichkeit eine Nachricht oder besser gesagt eine Konversation als ungelesen zu markieren. Die Sprachnachrichten-Funktion von iMessage hat mir früher nicht so gut gefallen wie die Umsetzung, die wir von WhatsApp kennen. Unter iOS 16 ist das zumindest eindeutig besser geworden. Nicht nur, dass wir hier einen mehr oder weniger eigenen Bereich für die Aufnahme der Sprachnachrichten haben. Die Aufnahme bricht nicht mehr so leicht ab, wie es früher bei mir leider sehr häufig vorgekommen ist. Es geht aber hier vor allem auch um die Möglichkeit, bei einer bereits gesendeten oder empfangenen Sprachnachricht vor- und zurückzuspulen. Ich habe mich immer gefragt, warum es so lange gebraucht hat, dass Apple das hier umsetzt, weil das für mich eigentlich etwas Selbstverständliches ist. Doch jetzt ist es da und ich kann, wie man sehen kann, durch Wischen nach links und rechts über die Sprachnachricht ganz einfach vor- und zurückspulen. Ein weiteres Highlight ist hier für mich die nicht nur in iMessage, sondern ganz allgemein unter iOS verbesserte Diktierfunktion der Tastatur. Diktieren und Tippen ist unter iOS 16 gleichzeitig möglich. Das heißt, ich kann auf der einen Seite etwas reinsprechen, zwischendurch mit dem Finger etwas reintippen, korrigieren, löschen, ergänzen und jederzeit mit dem Diktieren fortfahren. Ebenfalls praktisch fand ich bis heute, dass Punkt, Komma und Fragezeichen automatisch gesetzt werden. Das Komma, das ihr jetzt hier gleich seht, habe ich gar nicht reingesprochen. Das wurde automatisch gesetzt. Oder anderes Beispiel. Hier mache ich eigentlich nur eine kurze Pause und spreche direkt weiter. Der Punkt wird automatisch gesetzt und am Ende dann hier noch das Fragezeichen. Diejenigen, die 3D-Audio-fähige AirPods besitzen, profitieren unter iOS 16 von der Funktion Personalisiertes 3D-Audio. Mit einem Face-ID-iPhone ist es dann möglich, einen hoch aufgelösten Scan seiner Ohrgeometrie zu erstellen. Und das wiederum soll dann zu einem optimierten 3D-Audio-Erlebnis führen. Zuerst wird das Gesicht von vorne gescannt, wie man es von Face-ID typischerweise kennt. Danach scannt man aber mit dem Face-ID-Sensor des iPhones sowohl das linke als auch das rechte Ohr. Die Einrichtung fand ich zwar schon etwas mühsam, aber nachdem das endlich geklappt hatte, war sowohl für mich, so wie auch für viele andere Nutzer, was ich gezeigt habe, eine eindeutige Verbesserung erkennbar. Bei mir persönlich war es zum Beispiel so, dass sich 3D-Audio-Inhalte immer sehr entfernt angehört haben und der Sound etwas flacher war im Vergleich zur Variante ohne 3D-Audio. Nach dieser Personalisierung, die ich hier durchgeführt habe, hat sich das bei mir dann aber eindeutig verbessert. Viele Nutzer geben an, dass das bei Ihnen auch der Fall ist. Es gibt aber auch einige Nutzer, die meinen, bei Ihnen hat es zu keiner Veränderung geführt. Was ich bis jetzt ebenfalls praktisch fand, waren einige Anpassungen in der Fotos-App. Zum Beispiel, dass ich eine Bearbeitung von einem Foto kopieren und bei einem anderen Foto einsetzen kann. Also über Änderungen kopieren, indem ich das hier mache, oder einfach auf Auswählen tippe, ein oder mehrere Fotos auswähle und dann über diesen Button hier unten auf Änderungen kopieren tippe. Wähle ich dann ein Foto oder mehrere Fotos aus, kann ich dann über Änderungen einsetzen, diese Bearbeitung auf einmal auf andere Fotos anwenden. Oder eben wie gesagt, in einem einzelnen Foto kann ich das dann über diesen Button hier oben ebenfalls machen. Ebenfalls möglich ist es dann, mehrere Fotos zu markieren und über diesen Button dann alle auf einmal in den Originalzustand zurückzuversetzen. Aber es sind hier nicht nur speziell diese Funktionen. Es ist auch dieses Menü hier oben, das eben überarbeitet wurde. Es ist dieses Menü, das wir über den Button hier unten aufrufen können. Und es sind auch neue Funktionen hier, wie die geteilte iCloud-Photo-Mediathek oder die neue Duplikat-Erkennung, die ich bis jetzt auch ganz praktisch fand. Die Home-App benutze ich sehr häufig, vor allem da ich inzwischen schon sehr viele Smartphone- oder Homekit-Geräte habe. Gerade aus diesem Grund habe ich mich unter iOS 16 auch über die neu gestaltete Home-App gefreut. Anfangs musste ich mich zwar schon etwas dran gewöhnen, aber inzwischen gefällt sie mir, ich finde sie übersichtlicher, also besser gestaltet und auch nochmal etwas angenehmer zu bedienen. Auch diese Filter hier oben finde ich sehr praktisch, wo ich zum Beispiel nur Geräte aus der Kategorie Klima oder nur Lichter einblenden kann. Was sicherlich vor allem auch dann praktisch ist, wenn man schon ein insgesamt größeres Smartphone-System hat. Ansonsten hier natürlich auch nicht zu vergessen, unter iOS 16 gibt es hier auch endlich offizielle Meta-Unterstützung. Nach 7 Monaten iOS 16-Nutzung oder 11 Monate, wenn man die Beta-Phase dazu zählt, sind das also meine persönlichen 10 Favoriten. Die 10 Funktionen, die ich wahrscheinlich insgesamt am häufigsten benutze und somit nach längerer Erfahrung am nützlichsten finde. Aber das ist ja noch lange nicht alles, es gibt ja noch viele weitere Neuerungen unter iOS 16. Welche davon zählen aber zu euren Favoriten? Und wie sieht allgemein eure Erfahrung mit iOS 16 bis heute aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten können wir auch schon sehr gespannt darauf sein, was uns dann bald alles mit iOS 17 erwartet. Darüber werde ich auf meinem Kanal natürlich berichten, wenn ihr mich also noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos, wenn ihr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.